Herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum, der sich mit den Stilfragen des modernen Mannes beschäftigt, aber auch darüber hinaus geht und nachfragt, was ist denn eigentlich purer Genuss und ein erfüllender Lifestyle für den Mann von heute? Und das Ganze von Frau zu Mann. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es Männer gibt, die in ihrer Außenwirkung und in ihrem Auftreten so stark und so präsent sind, dass sich der Raum, in dem sie sich befinden, sofort mit ihrer Persönlichkeit füllt? Andere Männer scharen sich um sie, teilweise aus Ehrfurcht, teilweise aus Neugierde und Frauen, Frauen drehen sich nach ihnen um. Und hast du dich auch schon mal gefragt, was das Geheimnis von diesen Männern ist, dass sie so verdammt attraktiv macht und wie du das auch haben kannst? Herzlich willkommen zu der allerersten Folge von deinem zukünftigen Lieblings-Podcast, dem Stilgenuss-Podcast. Mein Name ist Shirin Zayed und ich freue mich tierisch auf die gemeinsame Reise, die wir zusammen starten werden, in eine Welt des geschmackvollen Stils, in einer Welt des bewussten Lifestyle, des anspruchsvollen und modernen Mannes und auf eine Reise, in der wir gemeinsam das Geheimnis eben dieser Männer lüften werden. Ich möchte dir aber vorab kurz erzählen, was dich alles so Spannendes in diesem Podcast erwarten wird. Wir werden vor allen Dingen über drei wesentliche Dinge sprechen und zwar angefangen über Stil. Was ist denn überhaupt Stil? Und was gehört alles dazu? Und vor allen Dingen, wie bringt es dich in deinem Leben weiter? Wir werden aber auch über die Männlichkeit sprechen. Das heißt, wie viel Mann sollte man heute denn noch sein? Und was sind so die Dinge, die einen Mann interessant und attraktiv machen? Und zu guter Letzt sprechen wir natürlich über den Genuss. Und zwar den Genuss von materiellen Dingen, aber auch von immateriellen Dingen. Womit kannst du deine Freizeit genießen? Wie schaffst du es, in einem erfülltes Privatleben zu haben? Und was sind die Dinge, die jedermann, wirklich jedermann mal gemacht bzw. gekostet haben sollte? Das Thema Stil, Ästhetik und der Genuss von schönen Dingen begleitet mich eigentlich schon, ja, ich würde sagen, seit meiner Geburt. Ich bin in einer Galerie groß geworden und bin somit sehr früh mit Kunst in Berührung gekommen. Und als ich groß war, habe ich eine Ausbildung zur Schusterin gemacht und danach ein Modedesign-Studium. Und ich wurde auch eigentlich so erzogen, dass Bekleidung ein ganz wichtiges Kommunikationsmittel ist, aber auch eines, worum man sich kümmern muss. Mein Vater ist ein, ja, ein stilbewusster Mensch, der seine Kleidung sehr wertschätzt und pflegt. Ich war als Kind, war ich immer total fasziniert davon, wie ordentlich und präzise er seinen Kleiderschrank hält. Er hat neben dem Schlafzimmer meiner Eltern so einen kleinen begehbaren Ankleideraum. Und wenn er immer abends von der Galerie heimkommt und seine Geschäftskleidung ablegt und du danach in den Raum reingehst, ist alles picobello ordentlich. Also der schmeißt seine Kleidung nicht einfach über den nächstbesten Stuhl, sondern der hängt die sofort wieder auf. Die Kleiderbügel, an denen die Hemden hängen, sind wirklich mit einem Abstand von drei Zentimeter nebeneinander aufgehängt. Man könnte mit einem Maßstab hergehen und das abmessen. Und all diese Dinge haben sich in mir so stark verankert. Und jetzt nach einigen Berufsjahren in der Modebranche und als wirklicher Genussmensch von schönen Dingen, wobei mein Fokus immer auf das bewusste Genießen liegt, kam bei mir bei der Punkt, wo ich mir gedacht habe, Mensch, es gibt so viele wertvolle Tipps und Möglichkeiten in der Bekleidung, die ich einfach gerne weitergeben möchte. Und vor allen Dingen erzählen so viele Männer als Modedesigner uns Frauen, was bei Männern gut ankommt. Und dieses Prinzip funktioniert. Also warum sollte nicht mal auch eine Frau den Männern erzählen, was bei uns Frauen gut ankommt und worauf wir so achten? Aber ich werde nicht nur allein über Stilfragen sprechen und euch Tipps und Anregungen geben. Nein, wir werden mit einigen interessanten Persönlichkeiten reden, die in diesen Gebieten Stil, Männlichkeit, Genuss, Experten sind, beziehungsweise genau dieses Geheimnis, von dem ich am Anfang gesprochen habe, bereits für sich geknackt haben. Und ich werde auch Hersteller von ganz spannenden, innovativen und auch typisch männlichen Produkten interviewen. Ganz wichtig ist mir aber dabei, dass dieser Podcast, der Stilgenuss-Podcast, ein interaktiver Podcast ist. Was meine ich damit? Zum Schluss von jedem Interview werde ich meinen Interviewgast eine Hörerfrage stellen. Das heißt, wenn du schon immer mal eine bestimmte Frage einen Experten, einen Experten zu Stil, Männlichkeit, Genuss, aber auch Erfolg stellen wolltest, dann ist das deine Chance. Entweder du gehst auf meine Homepage unter www.shirinsayet.com oder du schickst mir einfach eine E-Mail auf die E-Mail-Adresse podcast.shirinsayet.com mit deiner Frage und deinem Namen und ich werde sie dann dem nächsten Interviewgast stellen. Und ich möchte auch, dass der Stilgenuss-Podcast dein Podcast wird. Ich möchte auf die Themen eingehen, die dich interessieren und die dich beschäftigen. Das heißt, wenn du Themen hast, wo du sagst, Mensch, das könnte spannend sein oder einen interessanten Interviewgast, dann immer gerne her damit. So, genug geredet. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit den ersten Folgen und natürlich freue ich mich darüber, wenn du den Podcast gleich abonnierst. Das heißt, geh auf iTunes, klick auf Abonnieren und wenn du eh schon da bist, dann schreib eine Bewertung, gib eine Rezession ab und sorg dafür, dass sich Stilgenuss verbreitet. Du würdest mir damit einen riesen Gefallen erweisen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge im Stilgenuss-Podcast. Deine Shirin.